Ja, also erstmal schön, dass ihr euch dafür interessiert. Heute sind wir nicht ganz so viele, aber das ist ja gar nicht schön. Ich denke, dass wenn ihr daran Interesse habt, wird euch das wirklich auf jeden Fall auch sehr, sehr helfen. Ich habe hier in der Mail an euch geschrieben, ihr könnt euch verschiedene Sachen zurechtigen. Stuhl finde ich schon ganz wichtig. Ich hatte gerade schon so in die Kamera nochmal gezeigt, Tennisball oder Faszienball, also was Festes eventuell. Wenn das jetzt nicht habt, ist auch nicht schlimm. Ich habe hier noch eine tolle Gewichtsmanschette liegen, muss man auch nicht unbedingt haben. Habe ich sonst noch irgendwas? Ne, eine Faszienrolle, also die Rita gerade ist natürlich abzugreifen. Ich möchte ganz kurz eben vorweg wieder so ein paar Takte sagen, worum es eben oder was mir wichtig ist. Wenn wir Schmerzen in der Hüfte, im Hüftgelenk, in diesem Bereich haben, müssen wir eins erstmal verstehen. Die Ursache, woher das kommt, können wieder verschiedene Sachen sein. Eine Entzündung oder Richtung Arthrose. Aber das ist eigentlich erstmal egal. Was für die Hüfte ein absolutes Gift ist, tatsächlich, das Schlimmste, ist das Sitzen. Und vor allen Dingen halt tatsächlich Sitzen auf dem Stuhl. Weil, und das will ich euch auch einfach mal ganz kurz erklären, wenn man sagt immer, Sitzen ist so schlecht, aber wirklich für Hüfte ist es so super schlecht. Ich möchte euch erklären, warum. Wenn wir halt sitzen und vielleicht sogar beruflich, dann ist die Leiste, die Hüfte, also permanent in einer gebeugten Position und die Muskeln, die hier in diesem vorderen Bereich liegen, die ziehen sich halt zusammen. Die verkümmert auch die Gericht und ziehen sich zusammen, wenn man stundenlang in der Position ist. So, wenn wir dann uns hinstellen, wenn wir jetzt aufstehen und hier in diesem Bereich ist Spannung, zieht es das Becken nach vorne, dann versuchen wir hinten, die Gesäßmuskel, da wirklich gegenzuarbeiten, die Spannung und das Becken wieder in eine gerade Position zu bringen. So, über den Zug der Hüftbeuge, wir ziehen nach vorne, hinten, die Gesäßmuskel, da versuchen krampfhaft dagegenzuarbeiten, wird das Hüftgelenk ganz extrem gepresst eingedrückt. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn es vorne zieht ist, da hinten zieht es und das Hüftgelenk wird wirklich ganz extrem reingedrückt, dass also wenn jetzt wirklich zum Beispiel eine Arthrose halt Richtung Arthrose geht, dass dann diese Stauchung im Hüftgelenk halt eigentlich noch stärker wird. Also Sitzen tatsächlich für das Hüftgelenk eine ganz, ganz schlechte Sache, also möglichst häufig hinstellen, in Bewegung kommen, das sowieso. Ja, jetzt geht es mir um Mobilisation, um Entlastungshaltung, um wirklich Schmerzen vorzubeugen. Und eine ganz, ganz tolle Sache, wie man wirklich ganz mit leichten Mitteln und man braucht eigentlich gar nichts dazu, die ganze Sache schon verbessern kann, ist durch das sogenannte Beinpendeln. Ich drehe mal ganz kurz meinen Stuhl rum, weil ich finde es immer gut, wenn ihr euch dabei wirklich festhaltet. Denn es geht ja jetzt nicht ums Gleichgewicht, dass wir irgendwie wahnsinnig auf dem einen Bein balancieren, sondern es würde jetzt hier um meine rechte Hüfte gehen, dass ich die locker lasse, dass ich die entspanne. Dann nimm dir wirklich was, halte dich irgendwo fest oder an der Wand, wenn es gut geht und lass das Bein wirklich schwingen. Lockere das Bein wirklich vor und rücken. Macht ruhig mal weiter, macht das ein bisschen, weil das ist total super für die Güfte. Jetzt hatte ich ja hier meine Gewichtsmanschette und noch toller ist das tatsächlich, ich mache das wirklich auch mal einmal, weil das wirklich schön ist, ihr schaukelt schön weiter. Wenn ich jetzt natürlich noch ein Gewicht hier an mein Bein mache, unten am Sprunggelenk, zack, habe ich hier eine schöne Gewichtsmanschette, dann wird das Bein schwerer und du kannst dir vorstellen, dass das natürlich richtig das Hüftlenk rauszieht. Das heißt, es kommt wirklich zu einer Entlastung. Ganz toller Tipp auch noch dafür, also das solltet ihr ihn möglichst häufig machen, ganz tolle Entlastung, ob mit Gewichtsmanschette, ohne Gewichtsmanschette, noch toller wird das tatsächlich. Das kann ich jetzt auch nicht unbedingt vormachen mit dem Bein, ich hoffe, mein gutes Yoga-Kissen. Wenn du dich da ein bisschen erhöhst, auf dem Standbein, dann kannst du natürlich noch besser das Bein wirklich hängen lassen. Das ist wirklich runterhängen, so als wenn du dich auf eine Stufe, die unterste Stufe vielleicht umgestellst und dann kannst du das Bein empfehlen. Sehr schön. Darfst du es wirklich noch einen kleinen Moment machen. Ich mache einmal die Gewichtsmanschette nochmal einmal ab. Sehr schön. So, dann kommen wir wieder einmal ganz kurz runter oder bleiben ruhig einmal still. Wenn ihr jetzt wirklich mit einer Hüfte sterben seid, ich würde es tatsächlich dann auch erstmal nur mit der Hüfte machen, dass ihr auch wirklich den Effekt dann stillt. Ein bisschen aktivere Position, aber ähnliches Prinzip der Bewegung, halten euch wieder schön an einer Seite fest. Jetzt ziehe das Bein einmal nach vorne hoch und machen dann schön einen großen Ausfallschritt nach hinten. Das Ganze ruhig auch so ein bisschen fließen lassen. Ich mache es auch gleich nochmal von der Seite vor. Es ist ja eigentlich dieselbe Bewegung. Es ist dieser Wechsel zwischen Bein und Schrecken. Also einmal ziehst du zu, einmal gehst du nach hinten. Mach ruhig nochmal weiter. Immer einmal überseitig, immer einmal überseitig. So, hier guckst du. So, dass wenn wir hier in den Ausfallschritt gehen, bleibt der Rücken gerade. Und du ziehst einmal das Bein nach vorne hoch, dann bleibt der Rücken aufrecht und gehst du in den Ausfallschritt. So, wie gesagt, gerne immer mit festhalten, weil es geht ja jetzt, wie gesagt, nicht darum, dass wir besonders gut das Gleichgewicht trainieren. So würden wir da immer wirklich einen Stuhl oder irgendwas nehmen, um in die Position dann wirklich gut reingehen zu können. Das ist die Übung Nummer zwei. Die machen wir, ne? Also pendeln, dann die ganze Sache etwas kontrollierter machen. Wunderbar. So, jetzt stelle ich meinen Stuhl ein kleines bisschen zu weit und meine Matte einmal hier ordentlich auszurollen. So, jetzt kommen wir hier schon zu gewissem Equipment, zu einem Ball. Wenn ihr jetzt keinen Ball habt, ist nicht schön. Eine Fasschenrolle geht übrigens auch sehr, sehr gut. Wenn wir mit der Hüfte Probleme haben, also auf der Seite, ich mache jetzt nur links vor, weil ihr es dann besser seht, dann sind die Beckenmuskeln meistens total verspannend. Und da kannst du dich jetzt wirklich, ich nehme jetzt den Tennisball, ich finde es mit dem Tennisball sehr, sehr gut, weil der rutscht auch nicht so weg, weil der nicht glatt ist. Du setzt dich mit einer Gesäßhälfte richtig auf den Tennisball. Man sieht es jetzt natürlich nicht mehr, ne? Der sinkt so ein bisschen ein. Und dann kannst du mal richtig schön da so, ich sage mal so ein bisschen durchschubbeln, so ein bisschen kreisen, einfach ausprobieren. Und dann findet ihr auf jeden Fall Stellen, wo ihr dann so ein bisschen jubelt. Da merkt man ja nämlich wirklich was, wenn man mit der Hüfte Probleme hat. Und die Beine, die sollten so ein bisschen angewinkelt durch sein, aber auch da können wir variieren. Wenn du jetzt sagst, nee, das Bein gestrickt, aber meines Erachtens mit einem leicht angewinkelten Bein kommst du da wirklich besser rein. Und dann probiere das wirklich aus. Geht da so ein bisschen durch. Jawohl, sehr schön. Und da auf der Seite, wenn du Hüftprobleme hast, da werdet ihr immer was finden. Wie gesagt, Hüfte, gerne auch immer ein Thema von mir, weil ich auch immer so ein bisschen Hüfte habe. Und das fühlt sich jetzt auch gerade so an. Wunderbar, ne? Also da probieren wir uns so ein bisschen. Aber sehr, sehr schön. Nimm nochmal, wie gesagt, Tennisball oder Faszienball. Du brauchst schon einen festen Ball. Wenn ich jetzt hier meine linke Hüfte behandeln will, mit einem festen Ball, gerne. Und da würde ich jetzt das Bein, was ich bearbeiten möchte, auf jeden Fall ausschrecken locker. Wenn du die Position so nicht gut halten kannst, dann mach den Kissen unter den Popo, dass es jetzt nicht so anstrengend ist, das Sitzen. Aber die geschreckte Position mit dem Bein ist wichtig. Anderes Bein ist egal. Und dann kannst du hier mal mit dem Ball, wenn ihr hier so die Leiste einmal aufspürt, wirklich da in der Mitte des Oberschenkels und da richtig mit Druck wirklich reingehen und dann so ein bisschen nach außen unten drücken. Und ich nehme da wirklich beide Hände, also ich hoffe, ihr seht das, ich gehe da richtig rein. Und auch da muss man sich wieder so ein bisschen durchprobieren. Aber ich sage euch, ihr werdet da was finden, weil das sind ja genau wie Hüftbeuge, die hier so in der Leiste Richtung Oberschenkel. Also vom Druck, ich hoffe, man sieht es, ist es so ein bisschen in die Leiste rein, aber so in die Richtung, diagonal nach außen unten. So geht mein Druck hier mit dem Ball. Da kann man so richtig schön auch wieder sich ausprobieren. Da kannst du so ein bisschen auch nochmal wandern, sage ich jetzt mal so. Da wirst du auf jeden Fall auch fündig. Wie gesagt, wir nehmen dir ein Kissen unterm Popo, dass die Position halbwegs bequem ist. Jawohl, wunderbar. Ah, da ist wirklich also, ich habe im Moment auch gerade wieder ein bisschen Hüfte, die linke, die wird jetzt direkt schön behandelt. Also Tennisball muss ich euch ganz ehrlich sagen, mit einem Tennisball kann man so viele super Sachen machen. Ich meine, der kostet echt nichts, sage ich jetzt mal so. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschaffen. Der passt in jede Handtasche, der nimmt nicht viel Platz weg. Und du hast wirklich erste Hilfe für so viele Sachen, ja auch, ne? Rücken, Schulter und so weiter. So, da einmal schön durchmassieren. Wunderbar. So, jetzt legen wir den nochmal einmal kurz weg. So, dann eine ganz, ganz tolle Dehnübung für den Hüftbeuger. Die kennt ihr zwar alle, die wird aber ganz häufig, da ist man ein bisschen falsch ausgeführt. Würde ich mir auf jeden Fall auch wieder einen Stuhl so ein bisschen rannehmen, dass du dich irgendwo festhalten kannst. Denn es geht nicht ums Gleichgewicht, es geht darum, dass wir uns auf die Position konzentrieren können. Jetzt bin ich mit meiner rechten Hüfte wieder vorne, ist ja wurscht. Also die Hüfte, die ich behandeln möchte, da bleibt das Bein stehen. Wenn dir das mit dem Knie zu hart ist, leg den Kissen drunter, dass es nicht unbequem ist. Jetzt muss hier der Ausfallschritt gar nicht besonders groß sein. Wenn der Fuß so ein kleines bisschen weiter vorne steht als das Knie, ist das völlig in Ordnung. Und jetzt ist ja eben der Punkt, immer dieses mit dem nach vorne lehnen. Da passieren schon so viele Ausweichbedingungen. Das, was wir eigentlich machen müssen von hier, ist lediglich das Becken absolut aufzurichten. Also denke wirklich, du ziehst das Steifbein runter und kippst das Becken nach hinten. Aber wirklich mit aller Kraft, zieh den Bauch ein, denk an das Pilates machen. So, und wenn du das wirklich machst, ich mach es nochmal so ein bisschen übertrieben, dass ihr wirklich seht, um was geht es um diese Bewegung. Ich denke, man kann es ganz gut sehen, diese Aufrichtung. So, und wenn du das machst, dann brauche ich gar nicht, wer weiß, wohin, nach vorne, nach hinten oder sonst wo. Bin in dieser Position, leg dir ein Kissen unter das Knie, da kannst du damit auch eine Minute oder so bleiben. Und dann richte ich dein Becken auf, dass du wirklich spürst, wie ganz effektiv hier die Leiste wirklich rausgezogen wird. Sehr schön, ne? Und ich hoffe, ich merke, das ist eben die Position. Ich würde also gar nicht so viel mit vorne und hinten und trallafitti. Stabile Position, Becken kippen, spür da rein. Und dann kommt damit richtig schön was an. Sehr schön, wunderbar. So, ja, was auch noch so eine Sache ist, die man auf jeden Fall mobilisiert sollte. Also die Hüfte kann ja ein bisschen mehr als Beugen und Strecken. Wir haben jetzt bisher so in Beugen und Strecken gearbeitet. Rotation. Das Hüftgelenk hat eigentlich auch eine ganz gute Rotationsmöglichkeit. Da zeige ich euch jetzt drei verschiedene Möglichkeiten, die eigentlich alle das Gleiche machen. Und da könnt ihr dann so ein bisschen mit ausprobieren, was für euch dann die beste Position ist. Wir kranken einmal in der Rückenlage an und legst dich auf den Rücken. Hältst die Beine locker angewinkelt. So, und da hätten wir jetzt Rotation, wäre einmal Innenrotation, wenn du die Knie zusammenhältst und versuchst, die Unterschenkel richtig weit nach außen zu öffnen, sage ich jetzt mal so. Und die Gegenbewegung ist, wir bringen die Fußsohlen zusammen und drücken die Knie nach außen. Dann halten wir also einmal Innenrotation, einmal Außenrotation. Sehr schön, ne? Einfach mal ausprobieren. Einfach mal spüren. Wenn du gleich sagst, oh, das ist in der Position aber ganz komisch, fühlt sich nicht gut an, ich zeige euch noch zwei andere Positionen, wo wir das Gleiche machen. Und dann kannst du im Prinzip dir aussuchen, in welcher Position du das machst. Aber das ist in Innen- und Außenrotation ganz wichtig auch, die müssen wir mit mobilisieren. So, das war Ausgangstellung 1. Jetzt können wir das Gleiche aus einer Seitlage machen. Da winkelst du die Beine locker an, legst dich einfach bequem auf die Seite. Bei der Seitlage, das ist immer nicht so meine Lieblingsposition dafür, weil da kann sehr schnell passieren, dass du gleich einfach nur dir dein Becken hin und her schiebst. Und das soll eigentlich nicht sein. Denn wir wollen ja auch hier eigentlich wieder das Gleiche machen, nur jetzt mit einem Bein. Also einmal Knie zusammen, einmal Ferse zu Ferse, also das Knie öffnen. Dann haben wir auch wieder Innen- und Außenrotation. Ich finde es nur in der Seitlage so ein bisschen so eine Sache, wenn dich jetzt keiner korrigiert, kann sein, dass du viel hier einfach mit dem Becken hin und her schiebst und nicht so viel wirklich im Hüftgelenk arbeitest. Darum ist die Seitlage nicht unbedingt meine Lieblingsposition. Aber wenn du sagst, super, das kommt bei mir total gut an hier in der Hüfte, dann mach das in der Position. Das kräftigt so ein bisschen mehr. Also das ist schon keine schlechte Übung. Sonst würde ich euch die nicht zeigen. So, jetzt haben wir noch eine dritte Möglichkeit. Und da gehen wir mal in die Bauchlage. Ich nehme nochmal mein Mikro etwas mit. Da kannst du dich ganz locker auf den Bauch legen. Du winkelst beide Beine an. Ja, relativ eng sind die Beine. Lockere Position. Wenn jetzt Bauchlage nicht deins ist, okay, dann ist das nicht deine Position. Jetzt können wir auch wieder die Unterschenkel einmal nach außen klappen lassen. Und einmal, und dann musst du einmal so ein Bein vor das andere nehmen, die Beine praktisch so überkreuzen. Einmal nach außen, einmal überkreuzen. Da würde ich dann das Überkreuzen immer einmal rechtes Bein vorne, einmal linkes Bein vorne machen. Das wird ja auch mal ein bisschen wechseln. Und das ist wieder die gleiche Bewegung, die wir aus der Rückenlage gemacht haben, aus der Seitlage gemacht haben und jetzt aus der Bauchlage machen. Das ist Rotation in der Hüfte. Ich finde es eigentlich aus der Bauchlage auch ganz schön, weil natürlich der Rücken relativ stabil liegt. Wir können nicht so viel Ausweichbewegung machen. Und spürt da einfach rein. Was macht das mit der Hüfte? Sehr schön. So, jetzt sind wir gerade in der Bauchlage. Ich gucke mal einmal, dass ich mir hier nochmal ein bisschen mehr Platz mache. So, auch eben geht noch um die Rotation. Wenn du mal hier in der Position die Beine einfach locker lässt. Arme oder Rumpf stabil halten. Jetzt kannst du mal probieren. Ein Bein. Und natürlich schön, wenn man jetzt glatten Boden hat. Ich habe hier glatten Boden. Und zieh ein Bein neben der Matte Richtung Hüfte, so weit wie es geht, nach oben. Und schiebe es dann wieder so ein bisschen nach unten. Da könntet ihr einige Male wirklich erstmal eine Seite machen. Das Becken sollte natürlich nach Möglichkeit stabil bleiben. Wenn dir das mit dem Knie zu hart ist, könntest du sehr schön Handtuch hier unter das Knie legen. Dann kann man direkt so ein bisschen den Boden wischen. Oder wirklich so einen Lacken auf dem Boden zu wischen. Schöne Position um den Boden zu wischen. Sehr schöne Übung. Das ist jetzt allerdings nur die Außenrotation. Aber macht ja nichts. Die ist ganz, ganz wichtig. Ruhig einmal die andere Seite auch ausprobieren. Ziehst das Bein angewinkelt. Wirklich, du ziehst es über den Boden. Becken und Rücken bleibt stabil. Und gerne eine Handtuch oder so drunter legen, wenn euch das sonst zu hart ist. Sehr schön. Oh, nochmal die Beine wieder schließen. Dann komm nochmal einmal hoch. Lösen wir uns einmal aus der Position. Sehr schön, wunderbar. So, jetzt hatte ich ja zu Beginn gesagt, dass das Sitzen eine ganz schlechte Sache ist. Aber wir sitzen nun mal relativ viel. Es gibt aber eine Übung, die total super ist aus dem Sitzen. Die machen wir gerne nochmal vom Stuhl. Ich stelle einfach meine Mathe einmal ein bisschen zur Seite. Ich glaube, so kann man es vielleicht ganz gut sehen. So, also nochmal eine ganz, ganz schöne Dehnübung. Und gleichzeitig auch Mobilisation wieder in die Außenrotation. Du sitzt eher ein bisschen weiter vorne. Also wir hängen ja natürlich nicht nach hinten im Stuhl. Dann winkelst du ein Bein an. Und da fängt es ja schon an. Wenn ihr euch mit dem anderen das merkt, dass schon allein diese Position wieder eine Mobilisation ist in die Außenrotation. Das ist nicht die richtige Position, sondern wirklich hier für das Sprunggelenk aufliegt. Und dann könnt ihr auch hier schon anfangen. Einfach nur durch das nach außen Drücken hier des Knies wieder die Hüfte optimal zu mobilisieren. Das Knie soll nach außen, soweit wenigstens dein Arm ist. Macht das möglichst oft, kann man super im Sitzen machen. Wenn wir schon sitzen, dann wollen wir da auch was Vernünftiges noch draus machen. Und super wäre das dann natürlich, wenn du irgendwann schaffst, das Tiefe nach außen, dann den Oberkörper so auf die Beine draufzulegen. Du kannst ja erstmal so ein bisschen hier anfangen, nach vorne lehnen. Dann nochmal Gewicht drauf bringen. Und irgendwann, klar, sollten wir da hinkommen, dass der Oberkörper wirklich auf dem Unterschenkel liegt. Und dann kommen die Hände, die Arme vorne zum Boden. Und dann merkt ihr da so eine ganz, ganz tolle Dehnung hinten in Hüfte, in der Außenseite. Ganz tolle Position und da muss man einmal sagen, ist das im Sitzen auf dem Stuhl wirklich legitim. Und dann wechseln wir auch einmal die Seite. So, einmal anderes Bein. Und wie gesagt, auch das schon im Sitzen alleine mal hier, das nach außen schieben. Da kannst du schon sehr, sehr schön wirklich deine Hüfte mobilisieren. Immer gut sagen, immer spüren, wie gut ist das jetzt auch fürs Knie. Das Knie, das Spezial, das kommt nächste Woche, da machen wir nächste Woche weiter. Dann kannst du dich auch schon mal so ein bisschen nach vorne lehnen. Und vielleicht nochmal mit den Armen, mit dem Ruhm so ein bisschen aufrufen. So, und wenn das geht, optimalerweise lehnen wir uns da ganz rüber. Das ist wirklich der Oberkörper auf dem Unterschenkel liegt, lass den Kopf locker. Lass die Arme locker. Aber mach da natürlich, dass es für dich geht. Und das ist auch eine sehr intensive Position. Aber im Sitzen, wie gesagt, das ist legitim. Das dürfen wir im Sitzen machen. Und dann nehme ich den Rücken nochmal auf. Sehr schön locker die Beine aus. Ich gehe nochmal hier auf meine Matte, weil das immer ein bisschen besser ist, hier unten zu sein, als auf dem Stuhl zu sitzen. Ja, wir fassen nochmal ganz, ganz kurz zusammen für euch. Wenn du akute Schmerzen in der Hüfte hast, der Grund ist wirklich total egal. Es geht ums Lockern, das Auspendeln mit Gewichtsmanschette ist top, aber auch ohne. Das Bein ist schwer genug. Stell dich etwas erhöht hin und lass das Bein wirklich schön locker. Hatten wir die Dehnenpositionen. Hier mit dem Ausfallschritt, sagen wir jetzt mal so. In dieser Position, wo du das Becken aufrichtest. Die letzte Position, die wir auf dem Stuhl sitzen, gemacht haben, war auch mit den Positionen. Und dann natürlich, ich sag mal, das Faszientraining. Da wirklich in die Druckpunkte am Gesäß und vorne an der Hüfte richtig schön reingehen. Und das ist ein kurzes Programm. Ich habe ja jetzt auch viel geredet. Das könnt ihr in fünf bis zehn Minuten ganz effektiv zusammenfassen. Und das kannst du jeden Tag machen. Jeden Tag fünf bis zehn Minuten für deine Hüfte. Und ich schwöre euch, die Beschwerden werden schwindeln. Und ich weiß, dass es so ist. Und wenn ihr es ausprobiert, dann habt ihr dasselbe Wissen, weil ihr es über das Ausprobieren dann wirklich spürt. Ganz, ganz tolle Sache. Besorgt euch so ein paar Kleinigkeiten. Damit könnt ihr ganz, ganz, ganz viel machen. Ja, und jetzt sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, da habt ihr wieder ganz viele Anregungen bekommen. Ich stelle das nächste Woche auf YouTube. Dann könnt ihr es nochmal anschauen. Nochmal nachturnen. Besorgt euch einen Tennisball. So, jetzt sage ich, schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt geht es erst nächste Woche weiter. Tschüss, tschüss.